Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen, vor allen Dingen was wieder mal einige Zugänge angeht, Transferzugänge für den kommenden Sommer. Wir haben jetzt schon einen Transferzugang so gut wie fix gemacht und zwar Gustav Christensen, der ist ja von Midtjylland zu Hertha BSC gewechselt. Natürlich im Sommer kommt ablösefrei für eine Ausbildungsentschädigung von rund 250.000, ein 18-jähriges Top-Tent und möglicherweise verpflichten wir für den Sommer noch ein zweites Tent. Und ja, dann möchte ich heute auch noch zusätzlich ein kleines Leihspiel-Update geben, wenn wir schauen uns jede unserer Leihspiele an und gucken, wer ein gutes Bild abmacht und wer im Sommer wieder bei uns aufschlagen wird und wer wir dann wieder bezahlen können. Ja, ich würde sagen, genau das machen wir heute, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über genau die erste Demarkt, die ich besprochen habe und zwar, welches Top-Tent könnte noch zu Hertha BSC wechseln? Gustav Christensen ist eines und ich finde, mit ihm haben wir wirklich einen guten Fang gemacht, einige Vereine waren an ihm interessiert. Für 250.000 haben wir hier ein echt gutes Talent auf dem Flügelposition verpflichtet und sind wir mal ehrlich, so wie wir in der nächsten Saison auf dem Flügel aufgestellt sind, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Juge geht, denn er ist ja nur verliehen und dass Lücke Bakio eben nicht bei uns bleibt, dann ist das echt eine günstige und gute Verstärkung. Natürlich nicht so viel Druck aus ihm, soll er erstmal in die U23 gehen und dort seinen Job erledigen, aber langfristig könnte er eine Option bei den Profis sein und das, was er in Dänemark bisher gezeigt hat, war überragend. Und jetzt könnte ein zweites Talent zu uns wechseln und zwar aus Frankreich, dort spielt Abdul Uatara, es ist ein Spieler, der bei Rassing Straßburg spielt, 17 Jahre alt, ist ein Spielmacher, das heißt ein zentraler offensiver Spielmacher und bereits Fredi Bobic hatte sich nach ihm umgeschaut. Ja, grundsätzlich muss man sagen, er ist Jugendnationalspieler bei der Elfenbeinküste, beziehungsweise hoffentlich baldiger Jugendnationalspieler bei der Elfenbeinküste. Er kann im offensiven Mittelfeld eigentlich viele Positionen bespielen, kann auch mal auf Ausrücken, aber wie gesagt, ist ein sehr, sehr junges Talent und wir würden ihn ablösefrei, wenn wir uns für ihn entscheiden, bekommen. Wir sind momentan in einer Pullposition, das heißt eigentlich haben wir es in unserer Hand, ob wir ihn verpflichten. Er ist 17 Jahre alt, ein französisches, relativ gutes Talent und wenn wir ihn verpflichten, dann müssten wir natürlich erneut eine Ausbildungsentschädigung zahlen und diese läge im Rahmen von 300.000 Euro. Und ich habe so das Gefühl, wir gehen auf Talentejagd und ganz im Ernst, ich finde das gut. Warum sollten wir den Christoph Piontek oder den Luka Tussar für insgesamt 50 Millionen Euro verpflichten, Wenn wir möglicherweise etwas ins Risiko gehen, uns nach Spielen umschauen, die sehr, sehr viel Potenzial zeigen und das zeigen beide Spieler definitiv und von dort aus dann versuchen, halt eben auch ähnliche Spieler zu bekommen. Dann sind wir mal ehrlich, 50 Millionen für Stars, vermeintliche Stars aufzugeben, das war der Fehler in den letzten Jahren, womit wir auch unsere Lage irgendwie auch zu verantworten haben. Mit Jungtalenten machen wir nichts falsch, wir bilden die Talente aus und bei Hertha BSC ist es durchaus möglich, seinen Weg zu gehen. Oftmals haben wir uns ja mit zum Beispiel Jungtalenten befasst, haben die es zu uns gelotst und dann bei uns war es dann halt eben klar, dass der Weg hier weiter geht. Und diesen Weg finde ich gut. Warum sollte man auf irgendwelche vermeintlichen Topstars setzen, wenn man auch die Talente bei sich selber erzeugen kann? Und finanziell ist das natürlich langfristig auch eine bessere Methode, denn möglicherweise werden wir auch noch größere Ablösungen mit zum Beispiel externen Talenten kriegen. Und da wir, wie ich finde, in der U19 auf der 10er Position nicht ganz gut aufgestellt sind, ist das eine gute Verstärkung. Allgemein, es gab ja im Sommer die Thematik, verpflichten wir einen 10er, dann ist es ja Jean-Paul Boetius geworden. Und ich bin ehrlich, Boetius überzeugt mich ganz und gar nicht, also wenn ich da auf seine Leistungen schaue, dann wird mir schlecht. Und zumindest das, was er jetzt im zweiten Saisonabschnittszeit war, absolut gruselig für mich. Ein Spieler, dem ich komplett irgendwie falsch eingeschätzt habe, er hat sich überhaupt nicht an Hertha BSC angepasst. Und für mich ist Boetius einfach einer von vielen Flops in den letzten Jahren. Ja, ich finde, wir brauchen 10er. Wir spielen jetzt nicht mehr dieses 4-3-3-System, das ist ja in einer gewissen Form klar. Denn, ja, ich denke mal, wir werden auch in der nächsten Saison auf die Dreikette setzen. Vor allen Dingen, wenn wir in der Bundesliga bleiben, dann wird die Dreikette auf jeden Fall das Ziel sein. Und dort wäre ein spielstarker 8er, 10er auch nochmal Ziel führend. Und da auf ein junges hinzusetzen, was man natürlich erstmal langfristig an die Profimatschaft heranführen muss, das ist die richtige Entscheidung. Zu dem Spieler genau kann ich gar nicht so viel sagen, weil es ist natürlich jetzt auch das erste Mal, dass ich den Namen gehört habe. An sich aber bei Straßburg, wenn man sich die Werte anschaut, ist das schon einer der Jungspieler, der überzeugt, ob das jetzt, wie die Bild beschreibt, ein Top-Juwel ist. Das stellt sich dann im Nachhinein heraus. Man muss sagen, ja, wir brauchen da Verstärkung auf der Position. Und dass wir auf externe Talente setzen, es ist in Ordnung. Aber ich möchte natürlich auch, dass wir unseren internen Talente, das heißt die aus unserer Neunze, eine Chance geben. Wenn ich da zum Beispiel an Ibo Matzer denke oder Herrn Leander Popp, die Jungs haben genauso die Chance verdient. Dass wir uns trotzdem billig so verstärken, ist der richtige Weg. Dass mit jungen Spielern, die möglicherweise hier eine Identifikation aufbauen, das ist der richtige Weg. Und ich bin gespannt, wie diese Spieler bei uns performen, sollte Uatara dann zu uns wechseln. Er wird noch von vielen anderen Vereinen gejagt, das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich glaube, Salzburg steht jetzt hier, ist auch noch interessiert. Denn noch gewisse andere Vereine aus größeren Dingen. Ja, ganz klar. Wir sind aber in der Pult-Position, denn Fredi Bobic war bereits in Verhandlungen. Das ist eine gute Sache. Und jetzt möchte ich in Weber und Zecke nochmal komplett entscheiden, was sie machen. Ja, soviel erstmal zu dieser Transfer-News. Ich würde sagen, jetzt kommen wir ganz kurz zu meinem Leihspieler-Update. Ihr kennt es. Ich werde einmal kurz den Leihspieler benennen. Sagen, wie der momentan performt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir am Ende der Saison ihn wieder bei uns auf den Gehaltszeichen liegen. Zum einen, Oma Alderete kennen wir. Haben wir an Getafe ausgeliehen. War im ersten Saisonabschnitt, das heißt in der Hinohne überhaupt nicht dabei. Also war auch lange Zeit im Trainingsrückstand. Jetzt mittlerweile ist er Stammspieler. Die Kauschzone liegt relativ hoch. Mal schauen, ob Getafe die zieht. Hängt vor allen Dingen davon ab, ob sie die Liga halten und inwiefern dann zum Beispiel eben in der nächsten Saison der Plan auszieht. Ja, wenn es schlecht läuft, hängen wir schon wieder mit Oma Alderete in dieser Saison herum. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass wir ihn im letzten Saison verkaufen, aber daraus wurde ja leider im Endeffekt nichts. Kommen wir zum zweiten Leihspieler. Das ist Santiago Ascaciba. Ja, er hat ja lange Zeit für Cremonese gespielt. Jetzt spielt er für Isto Dantes und er macht das richtig gut. Hat jetzt in sieben Spielen in der Liga Profession, in der ersten argentinischen Liga zwei Tore erzielt. Ist ab der Stammspieler. Und ich hoffe, dass die die Kauschzone ziehen. Die Kauschzone liegt nur bei drei Millionen Euro. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Aber Hauptsache weg. Wir wissen, die Gehaltskosten, Personalkosten, da kannst du nicht mehr lange bezahlen. Und Santiago Ascaciba gehört zu den Spielen, die einfach extrem viel verdienen. Von daher bin ich froh, wenn er am Ende den Verein verlässt. Macht es sehr, sehr gut und er möchte dort bleiben. Und das ist genau der Weg. Die Leihspieler mit der Perspektive zu verleihen, dass sie sich verbessern, ihren Wert steigern, dass die Kauschzone gezogen werden. Und dass sie halt eben auch Stammspielen, das tun halt eben extrem viele nicht. Ansonsten Leihspieler Christoph Piontek. Ich könnte kotzen, wenn ich daran denke. Christoph Piontek spielt ja für USA Latinana. Und er hat jetzt in 22 Serie A Spielen drei Tore erzielt. Er ist Stammspieler. Das ist nicht zu leugnen. Aber an seine Leistungen, die er mal vor drei, vier Jahren gezeigt hat, bevor wir ihn verpflichtet haben, da kommt er nicht mehr am Ansatz ran. Das ist extrem bitter. Markwert schellt nach unten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass seine Tinala die Kauschzone zieht, die ja sogar relativ hoch liegt, das ist nicht wahrscheinlich. Leider Gottes glaube ich daran, dass Christoph Piontek auch im nächsten Jahr bei uns auf der Matte schickt. Und dass wir wahrscheinlich entweder einen neuen Leifer einsuchen müssen oder ihn für ganz wenig Geld abgeben müssen. Momentan Markwert 10 Millionen Euro, schon mal 15 Millionen Euro minus. Das ist brutal, wenn ich daran schon wieder denke. Ansonsten Linus Gechter. Linus Gechter, 19-jähriges Talent, spielt bei Eintracht Braunschweig. Stammspieler. Ey, er macht das richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, mit 19 Jahren so abgebucht in der zweiten Liga aufzutreten. Sehr, sehr stark. Natürlich, manchmal ist dieser ein oder andere Schnitzer dabei. Aber bei Braunschweig und der Michael Schiele ist er gesetzt. In dieser Dreierkette macht das sehr, sehr gut. Hat schon ein Assist gegen Hamburg gegeben. Topmann. Ich hoffe, dass er in der nächsten Saison eine Rolle spielt. Das ist ja der Plan. Mit Linus Gechter in die nächste Saison zu gehen. Er soll in Verteidiger Nummer 4, wenn nicht sogar Nummer 3 werden. Da wir ja noch nicht wissen, wie wir in der nächsten Saison genau spielen. Für mich ein Topmann. Bei Braunschweig sammelt er jetzt die Spielpraxis auf hohem Niveau, die er bei uns ja nicht bekommen hätte. Weil einfach Uremic noch hell vor ihm in der Hierarchie standen. Und von daher bin ich zufrieden mit der Leihe von Linus Gechter. Ja, Misan Mario da ist der nächste Leihe Spieler. Er spielt öfter als bei uns. Aber ja, bis auf das erste Traumtor im Debütspiel oder im zweiten Spiel war nichts dabei. Also es ist vergleichbar wie die Phase jetzt, als er zu uns gewechselt ist und dann sein Tor gegen Bogenschosser. Und wir alle dachten, dass wir den nächsten Cristiano Ronaldo verpflichtet hatten. Ja, also ist er bankwärmer. Natürlich Verletzungen sind auch immer mit dabei. Ja, ich würde jetzt mal nicht schätzen, dass er fest verpflichtet wird. Marktwert stellt auch weiter in die Tiefe. Total unglücklich der Transfer. Mario da, riesen Missverständnis, riesen Flop. Passt überhaupt nicht zu uns. Kein Tempo, kein Schuss, kein gar nichts. Also und dann das fehlende Selbstvertrauen. Das ist eine böse Kombination bei Mario da gewesen. Sehr, sehr schade. Derweise Cefurk. Was soll ich sagen? Ein einziger Einsatz. Ein Minute hat er gespielt. Er wird nächste Saison wieder hier sein. Ich brauche es gar nicht schön zu reden. Cefurk. Genauso ein Flop wie Mauli da. Hat jetzt lange Zeit unter Pal Dada ja mal Stammeng gespielt. In dieser Saison. Ja, also sehr, sehr unglücklich. Die Leih zu Elessi Verona hat nicht geklappt. Die ganze Hinrunde bei uns auf der Matte gestanden. Nicht gespielt. In der Rückrunde auch nicht gespielt. Das ist ein riesen Flop. Und der letzte Leihspieler, den ich jetzt noch so erwähnenswert finde, ist Marten Winkler. Marten Winkler spielt für Waldorf Mannheim und hat vier Tore und vier Vorlagen in der dritten Liga gemacht. Ähm, das ist super. Das ist toll. Bildet sich aus. Spielpraxis auf sehr, sehr hohem Niveau. Kann mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Entweder bei manchen Zweitligisten, die ihn kaufen wollen. Oder sollten wir zum Beispiel absteigen. Meiner Meinung nach Marten Winkler. Topmann, den wir hier verliehen haben. Macht es gut. Er geht den Weg, den viele gehen, über eine Laie in die dritte Liga. Und die dritte Liga ist sehr, sehr hart. Und er setzt sich da sehr gut durch. Ist ja so gut wie eigentlich immer Stammspieler bei Waldhof Mannheim. Und von daher denke ich, dass das echt ein guter Job ist, den er dort macht. Nun gut. Soviel zu den Leihspielern. Soviel zu den Transfernews. Das war es mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es den Vorbericht Hertha gegen Hoffenheim. Das Auswärtsspiel extrem wichtig. Meiner Meinung nach schon fast ein Endspiel. Und bis dahin wünsche ich euch einen traurigen Tag. Wir sehen uns und tschüss.